Okay, lass uns warten, bis die Lichter ausgehen. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Geh mal raus. Geh durch die Toilette. Alter, fast Synchrone ey. Gut, dass ich den Bauch reingezogen hab. Das war echt Synchro. Okay, Alter, wir brechen echt schon aus. Sollen wir hoch oder müssen wir weiter? Ich hab gar keine Ahnung gerade. Ähm, Leertaste. Okay. Alles klar, wir häxeln uns hier durch, oder? Ich muss genau im richtigen Moment durchhüpfen. Ja. Mit ner Vorwärtssolle. Hier das? Ach, da oben sind auch noch Toiletten. Geht das? Sag da. Also das ist der Plan. Ich hab keinen Plan. Ach guck mal hier, hier ist, äh, ich kann hier was machen. Okay, dann mach mal was. Okay, ich komm. Geil, jetzt haben wir ne Stange. Okay. Oh. Oh. Den Ventilator anhalten, siehst du? Ventilator. Oh. Okay, ich hab mich noch rumgeguckt, aber hier ist sonst nix mehr. Achtung. Okay. Ich zucke, ich zucke. Beeil dich, behal dich, behal dich, behal dich. Oh Gott. Mich hätte jetzt mal echt so interessiert, was passiert wäre... Geh hier. Geh hier. Ähm, nee. Kann ich da nennen? Ah, warte, ich guck grad, ob ich hier irgendwas finde. Okay. Ah, hier. Gießen sich um das Kasten. Mach den mal ab. Achtung. Jetzt. Okay, Schatten. Komm her. Alles klar, steht. Okay, ich warte hier auf dich. Steckst den Hintern noch entgegen. So, so ist richtig. Hallo, ganz ehrlich. Okay. Hallo, 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 hallo. Echo, Echo, Echo. Hallo, 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 hallo. Wir brauchen etwas, um da zu gehen. Ja, wir machen es. Das ist verdammt tief, der Schacht. Oh, hier. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right, let me hear it. Okay, we need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sheets? Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're going to need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it, and then bring it to the back room. What do you mean they're going to inspect it? Don't worry about it. They don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Okay, wir müssen also in den Wäsche wagen. Wann sind wir denn in die Wäsche reingekommen? Das ist eine gute Frage. Können wir bügeln? Oder ganz kurz? Boah. Cool, ich kann Wäsche waschen. Ähm, alter. 30 Grad. Und go. The first time I've seen someone smile in here. Yeah, it's because I'll be a free man this week. That's great. It is. Okay, was müssen wir machen? Raus hier, ja? Hä? Spricht erst mal mit den Leuten, oder? Nope. I'm just gonna get drunk and hit the strip club. Strip club, ah ja. Why not? There are plenty of strip clubs out there. Alright then. Have fun. I will. Kann ich hier irgendwas machen? Er will danach erstmal in den strip club gehen. Hey. Hey Mann. I'm concentrating here. What do you want? Alright, I won't bother you then. Okay, ähm. What do you want? Was ist das Problem? Warum zur Hölle sind nachts keine Wachen da? Sind schon, aber nur alle halbe Stunde. So, äh, when you're done here, where do all these sheets go? Hell, if I know. Go bother that guy instead. Okay, fragen wir bad guy instead. This looks like a sweet gig. What are you an idiot? This sucks. Come on. I'm pretty sure there are worst things to do in this dump. Oh yeah? I don't think so, man. Was würdest du lieber machen? Kann ich mit demselben Typ eigentlich reden wie du? Ja, tatsächlich. Guck mal, ob mir das gleicher erzählt mit den strip clubs. Why don't you apply for another job? Okay. You're new here, right? Just get lost, man. Sollen wir eigentlich abwechselnd mit den Leuten reden, dass wir es vorlesen, oder? Mh, weiß ich nicht. Also, wie ist es denn bei dir, wenn du etwas, ähm, wie ist es denn bei dir, wenn bei dir was vorgelesen wird und bei mir? Deins ist dann laut und meins ist dann leise, oder? Deins höre ich nicht, ja? Ja, deins höre ich nur ganz gedämpft, so ungefähr. Ja. Du musst noch antworten. Ja, also soll ich jetzt, also soll, sollen wir jetzt mal warten? Okay, äh, dann halte ich von Ärger fern. Ja, wait, what do you mean? Well, you know, shit happens. You talk to the wrong guy in here, and suddenly, ten more years. Whoa, whoa, okay, just stay away from me, alright? Verdammt, was ist das für eine Maschine? Das ist ein Scheißteil, wenn du mich fragst. Wo ist das Problem? So, was ist das Problem? Das Problem ist, dass all diese Maschinen, die immer wieder verletzen, ist die fucking verletzten. Und das ist ein schlechtes Ding? Ja, das ist ein schlechtes Ding, weil wenn sie ablenken, kommen die Wachen zu mir. Ah, die können wir als Ablenkung nehmen, wahrscheinlich. Wenn die Maschine kaputt geht, kommen die Wachen zu ihm. Ah, perfekt. Mit wem hast du hier noch geredet? Mit den ersten drei da, ja. Okay, dann rede ich mal mit dem auch jetzt. Äh, hallo, hallo? Guck mal, ich kann mir hier eine Maschine angucken sogar. Ah, hier ist so ein Wäschewagen. Okay, ihr habt zwei Stress, hat er dir das auch erzählt? Nee. Hier, die beiden hier bei mir, also der, der hier. Und der haben Stress miteinander. Ah, okay, hier können wir welche aufheben. Ich bin iron und Schieße. Woah, 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 du musst nicht so viel wäschig über das. Ist das so lustig für dich? Würde du das all den Tag machen? At least du hast eine Firma. Niemand hilft dir. Du meinst diesen Mann? Er macht diesen Job noch schlimmer, Mann. Oh ja? Was ist los mit dem? Was bist du, dumm? Ich denke mal, dass wir die als Ablenkung auch nehmen können. Dass wir eine Psyche Leid zwischen dem provozieren. Möglich. Kann ich dir was fragen? Was ist los, Mann? Kannst du nicht sehen, dass ich hier beschäftigt bin? Du siehst beschäftigt aus. Du siehst beschäftigt aus. Du weißt, wo ich einen Psyche Leid zu finden kann? Ja, sie sind in der Runde da oben. Okay, danke. Okay, ich weiß, wo die Wägen sind. Wo? In dem Saum hier hinten. Okay, aber da war jemand, oder? Als ich bei dir gerade geguckt, da war zumindest jemand. Ja, da hat einer drin gestanden. Hey! Geh deine eigene Karte! Du sagst dir deine eigene Karte! Hey, kann ich helfen? Nein, aber ich wünsche, dass du es möglich hast. Nein, niemand sieht Dürcher, wie ich mache. Ja, du siehst wirklich gut, was du machst. Ja, ich bin ein guter Karte. Ich liebe Dürcher, das geht zu Dürcher, 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 Dürcher. Okay, okay, ich lasse dich. Okay, danke. Okay. Dann rede ich mal mit dem hier. Was machst du? Schau dir ein Karte, Mann. Machen wir mal, was ist hier los? Oh, du hast mich wirklich interessiert. Was ist hier passiert? Ich will nicht, die Gäste zu sehen. Was ist das Problem? Du hast nur geschehen. Das ist das Problem. Ich bin nicht. Ich fache es. Oh, du bist ein klämer Mann. Du weißt das. Das ist, was meine Mutter immer gesagt hat. Ja, bleib dich real. Okay. Da hast du mit den anderen hier schon geredet, wo die Wäsche hier war? Bei denen? Ja, da kannst du Wäsche aufheben. Die brauchst du auch mal nachher, um den Wäsche zu verbringen. Wagen zu füllen. Ah, okay. Hey Mann, ich könnte eine von diesen Karten da benutzen. Äh, sicher. Nimm ein Nummer, bitte. Vincent Moretti. 3465. Vincent, Vincent. Nein, es gibt keinen Vincent hier. Sorry. Bestechen oder? Ähm. Bestechen, oder? Aber haben wir was zum Bestechen? Ich habe keine Ahnung. Haben wir irgendwas? Warte mal, ich gucke mich mal hier um. Ob hier irgendwas ist zu. Da ist Waschmittel. Vielleicht können wir mit Waschböbel kriegen. Kann ich ja auch reingucken. Ich gucke mal hier rein. Vielleicht ist hier was drin. Nee, da war nichts drin. Zigaretten Okay, hat scheinbar geklappt Geil Hat er was in der Brüdelei gesagt? Bin dabei Okay, dann gönn dir mal einen Wagen Ich schlitz Ohr So gut Okay, ich muss ja jetzt Wäsche reintun, du hast Gut Hoffentlich schiebst du mich nicht in die In die Sörde Das kann ich More Schietz Komm schon, mehr Laken Gibt's auch einen Laken Viele Laken Okay, wir sind alle bereit Begrüß dich Kann ich noch mehr rein? Ich tu noch mal einen rein Ja, mach's rein Und jetzt kannst du dich verstecken Ah, hier ist noch einer Ah, ich muss gezückt halten Okay Ja, guck mal vorne durch den Schlitz Wie geil Hast du mich gesehen? Nee Guck mal vorne hier Wie cool Ja, ich seh's bei dir Und bei dir auch wenn du durch den Schlitz vorne in den Wagen guckst Bist genau auf meiner Höhe Jetzt nicht mehr Jetzt wieder Wie geil ist das denn, ey? Hast du eigentlich mal hier was gemacht mit der War auch nichts Wo soll ich jetzt hinfahren? Müssen wir die Wachen nicht ablenken? Achso Das war jetzt gerade meine Überlegung, weißt du? Ja Kannst du noch mal mit den Leuten reden da? Okay, kann ich mit denen reden, oder? Dass wir die irgendwie provozieren können? Nee, mit denen nicht Ich rede einfach mit dem Okay Auch nicht Und mit dem noch mal reden? Nee Okay, wenn irgendwas ist, sagt er Die Wachen Bla Das hast du ja gesagt Okay, du hast eine Waschmaschine überfüllt Mit dem Ah, mit dem war ich noch nicht geredet Der ist ein bisschen Äh Bist du okay? Ja, Mann Ich muss nur das Dürf Du weißt, Dürf führt zu Dürfen Dürfen führt zu Dürfen Und Dürfen führt zu Dürfen Okay, der ist ein bisschen krank, oder? Das hat er schon mal gesagt Ja Welcher hast du denn? Soll ich mal, soll ich mal probieren auszusteigen noch? Ah, ich weiß nicht, ist ein bisschen auffällig Warte mal, da vorne ist jetzt, äh, so eine Wache Müssen wir hier durch? Ja Oder müssen wir da durch? Achso Hey, Guard Kann ich dir was fragen? Ich habe nicht Zeit für dich Woh, 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 woh Was machst du in mir? Geh weg von da, geh auf Okay Okay, okay Ich meine, wir können es ja mal versuchen, genau Ich habe mich versteckt Genau Oh, scheiße Wer geht hin? Wer macht auf? Okay, wir sehen, was wir hier haben Okay, sieht gut Puh Puh Geh weg Okay Zeit, um diesen Guard rauszukommen Ja Kann ich wieder gucken? Okay, warte, nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht Ich glaube, jetzt kannst du gucken Jetzt hatte ich einen Guard Okay Okay, du bist jetzt gerade da reingeschoben Ich sehe eine Heizung Ja, genau Da ist noch ein Typ drin Du darfst du noch nicht verlassen Okay Der schiebt dich da jetzt rein Jetzt schiebt er dich da hin Er hat nicht geparkt Okay Okay, er geht ra- Okay What? What? Okay Okay Ähm, 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 ähm Wie kann ich in die Hocke gehen? Provozieren Ah, guck mal, ich kann hier provozieren Den kann ich provozieren Okay, warte mal Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas machen kann Kann ich hier das kaputt? Laken stehlen Okay, warte mal Was ist das hier? Okay, ich frage hier Leos Hilfe Was, was kannst du da bei E machen? An diesem Achso, da brauchst du meine Hilfe Ja Okay, ich kann hier sonst nichts mehr machen Okay, ich kann Waschmaschine Soll ich die Waschmaschine hinten kaputt machen? Oder Kann ich hier auch was? Ne, okay Okay Okay, ablegen Okay, hier kann ich nichts machen Okay, okay Kann ich hier Einschalten Okay Versuchen wir es mal auf die Art und Weise Der eine hat gesagt, dass die Games gerne kaputt gehen Was ist das? Brems wieder? Was machen Sie diese Maschinen? Okay, was ist mit dem Typ? Der ist ja jetzt wieder drin, ne? Kannst du mal gucken, ob der Typ da gerade wieder drin ist? Bei mir war keiner, der ist nach links raus Ah ne, der ist wieder da Jetzt ist er wieder im Gang Scheiße, ist verriegelt Kannst du das aufmachen? Kannst du die Tür aufmachen? Kannst du die aufmachen? Ja Okay Okay Okay, ich komm, ich komm, ich komm Wir brauchen Laken, oder? Genau, wir wollen ja die Laken Jetzt müssen wir die Laken reinstopfen Komm Hier Komm auf meine Hände Okay, äh, äh, okay Hier Von da oben haben wir ja runtergeguckt Evis Gib mir ein paar Laken Gib mir ein paar Laken Ich brauche Cheats Ich brauche Cheats Ähm 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 Ja Oh Hä? Da steht Lakenstehlen oben noch Ich scheint haben wir noch nicht genug Doch, doch, die sind da Aber du hättest die irgendwie annehmen müssen Ja, habe ich versucht Aber hier haben wir genug Laken Okay, äh, ich Ja Versuch, du mal Ich weiß nicht Okay So, jetzt, äh Geben Ja, 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 ich komm Okay Hä? Hm Ist ja strange, warum geht das bei dir jetzt und bei mir nicht? Ist ja keine Ahnung Ich hab, ich hab die längeren Arme Okay, Lakenstehlen Wobei das keinen Sinn macht Von unten bis oben, ist egal Oh, oh Das war's?